Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Alex. Ein neues Teesura-Game habe ich heute für euch wieder aus der Trickkiste geholt, es heißt Deity oder Deity oder Deity oder wie auch immer man das ausspricht, ich nenne es Deity hier und da steht ja schon mal eine richtig lustige Kreatur hier und ich habe eigentlich so eine komische Klaue als Zeiger. Musik 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 Spieleformen, die ich mir einfach runtergeladen habe, die alle kostenlos zur Verfügung stehen, halt jetzt nicht mega professionell gestaltet worden, geschrieben worden. Äh, deswegen... Okay, ich habe jetzt hier so ein bisschen zu viel. Kann man da mal ranzuhen? Oh, krank ist das. Jetzt gehen wir hier rüber, da rüber. Okay, da sollte ich lieber nicht hin. Ich bin lieber um das Licht herum, weil ins Licht rein darf ich ja nicht. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt machen kann, aber gut, jetzt geht es erstmal weiter. Dann hier rüber. Und dann da. Oh, tot. Das ist ja richtig cool. Jetzt kann ich hier Fackel für Fackel... Boah. Als das Spiel bin ich krank. Tot. Hoi. Save me. Tot was. Ich kann doch noch irgendwas mit diesen komischen Reihen machen hier. Ich weiß nicht mehr was. Ich kann doch nichts mehr was. Dare ich dran mich. Ich möchte mich. Immer rüber. Wir Nazis haben gerne geför units. Okay, wie sie arbeitern sich hier über die Fackeln. Darum war er. Ich springe hier oben mal über die kranke Fackeln. Da unten war er! Da unten ist die Hände! Und noch hier hinten. Und hier drüber. Jetzt schaffe ich es. Da hin. Da hin. dann dort drüber noch, und da auch und auch dort hin na, dann machen wir hier runter und dann da und da hin etta ein richtig cooles Spiel also Leute dieses Spiel, wie auch immer mag ich Converting Torches rents your health aha, also wenn ich diese Fackeln hole bringt das mein Leben das ist ja cool das ist ja cool also Leute, dieses Spiel kann ich euch jetzt schon empfehlen ich finde das jetzt schon zu wollen geil und down ist er das finde ich so cool das Spiel ich sage euch gleich oh, jetzt gehts hier drüben weiter, so gut hier rüber zack der Schatten, der durch die Nacht springt bäh 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 alle drei Jahre gedrückt ich bin der Babu weil jeder weiß wer der Babu ist so siehts nämlich aus der Schatten du kannst dein Chains mit der Mittelmaus Button woher der drüben woher der der Dann zack, zack Achso, kann ich nicht mehr als bei Ketten Und den holen wir uns auch noch Zack, zack Tod Also Deidie, wie auch immer die auf diese Idee gekommen sind Die so ein Spiel zu machen Ist geil Zumindest gefällt es mir dermaßen Leute Da werde ich gleich ein bisschen länger pranzer Also normalerweise Ich kann ihn jetzt also durch, barrieren, durch Saving Dann werden wir jetzt feinden und singeln Zack Und dann hier hoch Der 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 Was soll denn das? So, und hier rüber noch. Und die Gäste faggel noch, ich brauche mal wieder leben. Und da kommt die Faggel da rüber, und da rüber, und da rüber. Mehr kann ich nicht machen. Zack, und da noch rüber. Zack, zack, hallo. Richtig kranke Animationen, Leute. So kann man sich hier durcharbeiten. Und dann hier rüber. Da rüber, und... Ah ne, machen wir den erstmal kalt. Und dann hier rüber. Dann muss ich mal mit richtig Maustaste draus. So muss ich mal ein bisschen einprägen und so. Jetzt hier rüber, und da hin, und dorthin, und da hin. Zack. Und zack. und da ist auch down und da ist jetzt haben wir ja kranke Pelle wieder hin man muss jetzt sein zack 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 da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber da sind jetzt eigentlich noch überall Fackeln da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber und jetzt haben wir ja eigentlich alles durch da da rüber haben alle außerdem die Farbe hier und die da gut alles in dunkel getaucht alles in lila so jetzt haben wir ja jetzt geht's hier rüber und jetzt nur hier und hier rein so das wäre jetzt das nächste Kapitel ich habe euch erstmal dieses kranke Spiel gezeigt und das war es erstmal so weit vor